Das riecht nicht. Aber nur so diese Kabel. Entschuldigung, ich bin auch nicht ans Wachen. Heute ist Montag. Montag, der 22. 22. 2. 2016, aber Montag. Und ich meine, der Regen kann mir den Montag versauen. Montag ist toll. Ich liebe Montag. Musik 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 Das Video vom Samstag lädt gerade hoch. und ich habe festgestellt, dass ich am Ende vom Video keinen Ton hatte. Und ich weiß nicht, ob ich das Mikrofon nicht eingeschaltet habe oder der Akku leer war oder, ja, keine Ahnung. Hätte ich das Video in den Arm noch bearbeitet, hätte ich gemerkt, hätte ich nochmal aufnehmen können. Aber so, es ist weg. Tja, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich erzählt habe. Aber, naja, so ist es halt, ne? Ist der Fokus jetzt richtig, weiß ich nicht. Boah, Leute, ich weiß, ist unfassbar. Ich war um 9.40 Uhr mit dem Video vom 20. Ich sage, okay, veröffentlicht und so eine halbe Stunde noch. Den tickt YouTube auf immer rum, beziehungsweise der Rechner. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, war ich irgendwie offline. Es tat sich nichts, WLAN war aber da und auf dem Handy hat es ja auch nichts getan. Also war wohl das Internet irgendwie down, keine Ahnung. Ja, gut, dann kannst du erst mal duschen gehen. Wollte ich duschen gehen, hab ich nochmal geguckt, dann ging es wieder. Aber YouTube ging jetzt nicht die ganze Zeit. Ich ehe hier nur rum, ich kam nicht mehr dazu jetzt. Ich habe echt gedacht, ich schaffe heute noch das Video vom 21. fertig zu schneiden, also vom Sonntag. Aber es soll anscheinend nicht sein, aber ich gebe nicht auf. Auf keinen Fall. Ich lasse mich doch nicht verarschen hier. Das gibt es doch nicht. Das geht nicht. YouTube geht nicht. Ich rufe mal eine andere Seite auf. Twitter. Da. Twitter ist da. Internet ist anscheinend da. Allerdings ist hier bei YouTube. YouTube ist tot. Nein. Ich hätte vorher die Kamera nehmen sollen. Weil Vorführeffekt, ihr wisst ja. Es ist echt zum Kotzen. Oh, Leute. Es nervt. Und nur falls sich jemand wundert, ich kam seit dem 18. eigentlich nicht mehr dazu, irgendeinen Vlog zu schauen. Ehrlich, ich habe nicht ein YouTube-Video gesehen in den letzten Tagen. Sollte vielleicht erst mal schauen, ob ich nicht noch Reiswaffeln im Bad habe. Also wenn hier irgendwelche komischen Sachen in meinem Bad rumhängen, weißt du, ist hier Reiswaffeln habe ich gerade gegessen. Und zwar, ich muss Sachen packen und dann muss ich los zur Arbeit. Ich habe mit dem Vlog von gestern immerhin schon angefangen. Doch weiter als es zwischendurch mal aussah. Aber wie auch immer, darüber wollen wir gar nicht quatschen. Ich habe eine Kategorie auf Tina.com, die heißt Track My Life. Da habe ich immer die Ergebnisse von meinem Laufen eingepflegt. Und unter anderem aber auch das erste Videoblog, was ich veröffentlicht habe, nachdem ich wieder angefangen habe. Am 18. Februar 2015. Also vor einem Jahr und vier Tagen. Und ich weiß nicht, warum das Umfang in Quick and Dirty gelandet ist, aber mache ich es dann wieder in Track My Life. Also das muss ich wieder umbauen. Und ich werde diese Vlogs jetzt auch unter dem Namen Track My Life irgendwie wieder vertecken. Und so, denn Quick and Dirty ist es ja nicht mehr. Das habe ich ja letztens schon umfang mal festgestellt und geändert. Und ja, also am Anfang dieses Videos werdet ihr wahrscheinlich irgendwie Track My Life gelesen haben. Und das ist der Grund dafür. Ja, demnächst werden also alle Vlogs in die Kategorie Track My Life auf Tina.com rutschen. Gut, ich packe Sachen, ich muss nach Arbeit. Ich habe heute auf Arbeit nichts aufgenommen, weil das war ein Zeitraffer hätte heute nach Slow Motion ausgesehen. Ich glaube, es ist nicht so viel los, aber es ist auch ganz gut so. So kommt man wenigstens mal ein bisschen früher raus. Nachdem wir jetzt schon irgendwie fünf Wochen miteinander irgendwie nur einen Tag frei haben. Naja. Dann lasst uns mal über Snapchat reden. Ich bin nämlich, also ich blende am Ende ja vom Video immer hier mein Bild ein mit dem Snapchat-Code. Wenn ihr Snapchat-Accounts habt, die ihr empfehlen könnt, schickt mir die ruhige Folge erstmal allen. Ne, ne, ernsthaft. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr auf Snapchat empfehlen könnt. Und mir persönlich fehlt da nämlich so ein bisschen der interessante Content. Und die einzige Ausnahme ist von denen, die ich kenne, also deutsche Snapshatter. Bleiben wir mal bei deutschen Snapshattern. Ihr könnt natürlich auch internationale empfehlen. So, jetzt aber. Also einzige Ausnahme, die ich kenne, ist Eva Schulz. Ich weiß hier einen Snapshattern haben jetzt nicht aus dem Kopf. Ich blende den hier irgendwo ein. Bloß so ein Blödsinn zu machen, damit die mich adden, das fühlt sich ja irgendwie auch an, als wenn ich mich verkaufe und verstelle. Ne, das bin ich nicht. Ähm, ja. Also ich hoffe, dass da irgendwie noch interessanter Content Kompass Snapchat, beziehungsweise, dass ihr mir tolle Accounts irgendwie in den Kommentaren schreibt, damit ich da tollen Leuten folgen kann. Und vielleicht was besseres hier, als das, was ich bisher so gesehen habe. Ich finde Snapchat echt nicht so verkehrt. Irgendwie, das ist ein ganz cooler Kanal so. Und naja, schreibt wirklich bitte in die Kommentare, wen ihr auf Snapchat folgt und wen ihr empfehlen könnt. Ähm, das war's für heute. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.